Hör mal auf das zu reden, wenn Krieger leckt. Mama! Mama! Big Mama! Boah, haben wir es jetzt? Ah, nein! Können wir jetzt endlich anfangen hier? Das Schöne ist, ich hab dich jetzt mal gerade irgendjemandem doppelt gehört, dass ich weiß, dass ich dich lege. Hallo, Bro. Hallo, herzlich willkommen. Wat? War herzlich willkommen. Du hast die Aufnahme noch gar nicht gestartet. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich bin da am reden, Krieger. Krieger unterbricht den Lars noch nicht die ganze Zeit. Wie kann denn sein, ey? Lars, wir grüßt ja die Leute, ey. Hallo, herzlich willkommen zu Twilight's Folge. Komm, wir anfangen. Ska-chan, T-t-tut-tut-tut. Wir sind ein paar Push-chan-tutut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Jetzt legt er aber nicht her. Ey, das ist unfair, er startet einfach. Ja, das ist cool, er startet einfach. Ja, das ist irgendwie nicht, Leute. Auf der Map... Aber jetzt musst du auch die ersten drei Begrüßungen drinlassen, ey. Hier gibt es einen coolen Trick auf der Map übrigens. Ja? Ja. Alle. Am Anfang einfach springen. Hier kann man übrigens einen pinken Yeti benutzen. Äh, finden. Oh. Oh, der hat mir gefallen. Warte, ich komme zurück. Das ist unsere Runde, Lars. Ja? Ja. NEIN! Oh Gott, nein. Oh, da bin ich ein bisschen weit geflogen. Oioioi, das ist eine schöne Aussicht. Hier zählt einfach nur ins Ziel, komm. Okay. Okay. Und auf der Map, Bro. Okay. Dann mach ich immer feste drauf, also hau ich immer feste drauf. Hä? Oh, das war nichts. Ach, hier geht es runter. Ja, hier geht es auch runter, Lars. Ja, dann sagt das doch. Du bist du letzter, schon wieder? Nein, du bist letzter. Robert sagt, wann ich springen kann. Kein Ding für den King. Kein Ding für den King. Weißt du, wo ich mich abgeschossen habe, Junge? Halt deinen Maul. Ich will es gar nicht wissen, du Bastard. Weißt du, wo ich mich abgeschossen habe? Du scheiß Shizu, halt deinen Maul. Was für ein Ding? Halt deinen Maul. Sehr gut. Vor ein Destin. Oh, das war gar nicht. Genau, das ist jetzt auch nicht die Runde. Alles gut. Robert, du solltest mir sagen, wann ich mich abschießen kann. Nee, das wird auch nicht. Ja, aber kommt der nicht. Kurz davor, wenn ich erst ins Ziel komme. Vielleicht auch nicht die Runde. Du kannst ja auch nicht der selbst feiern. Es leckt wie schein. Es dauert der. Der musste sich erst mal selbst beweihräuchern, der Robert. Es dauert lange nicht. Wenn du mein Team wärst jetzt gesagt, jetzt. Du hast ein neues Ziel. Ja, genau. Eine Runde. Hey, solltest du reden hier gerade? Ja, ja. Das ist echt toll, wenn alle dazwischenreden. Schaut mal rein, was sie dazwischen sagen. Halt den! Wir reden hier gerade. F.M.A.N. Hallo, Teambesprechung. Auf Zeit. Auf Zeit. Werbung. Neues Ziel, Lars. Eine Runde müssen wir beide auf Podest kommen. Nee, ist das hier mit den Pinguinen? Aber nur eine. Sonst ist zu viel. Nein, das ist eine Arctis-Map. Hier gibt es keine Pinguine. Ihr lagts immer, wenn man neu startet. Das ist voll nervig. Ja, auch einfach ins Ziel kommen, Bro. Ich habe schon zwei Fehler. Alles klar, Robert. Aber das ist eine schwere Map. Ja, ich weiß. Einfach scheiß auf die Fehler. Hauptsache Flott. So, Lars, scheiß auf die Zähler. Äh, Fehler. Leckt? Scheiß auf die Zähler. Sie kommt auf die Fehler. Alter, wieso leckt das denn so, wenn du neu startest? Ja, das ist bei der Map. Sie wissen scheiß auf die Zähler. Aber noch ganz viele Fehler. Das mache ich schon mal. Ah, scheiß Horst. Das geht einfach nicht. Das ist so geil. Es leckt wie scheiße, Robert. Ja, Robert, du bist ein scheiß Horst. Was ist das? Oh, schon wieder. Boah, hängen geblieben. Real life aber. Nicht nur hier. Guck das. Ich scheppert von allen Seiten, ey. Nein. Wie erst er soll? Aua. Wollte ich den nicht kaputt machen, Robert. Wie dass du noch weinst gleich? Um. Lars! Oh, schade. Ein paar Runden lang wieder. Lass dir Zeit. Da ist mein Teamkollege. Schieß dich! Schieß dich! Lars, das Schiff ist weggefahren. Lange! Okay, jetzt sehe ich leider nichts mehr. Der Schiff ist schon weggefahren, Lars. Ne, Bro ist okay. Untergegangen. Das Schiff geht unter, Bro. Bro? Auf die Luft zu fahren, Lars. Hast du so ein bisschen Titanic Musik, Bro? Das würde dir jetzt irgendwie passen. I'm too. Ach ne, das war das andere. I will go on. Jawoll! Das ist gut. Weniger Fehler als Lars. Weniger Fehler als Lars. Das ist gut. Ich sehe immer wieder Fehler da, als ob ich hier die Krönung der Person bin. Ich dachte, scheiß auf Fehler. Hä? Haben wir aber nicht darauf abgedacht, oder? Ja, aber zumindest mal eins hier. Als wenn ich hier die Krönung der Person bin. Warte doch, scheiß auf Fehler. Fehler zählt doch jetzt nicht mehr. Langstrecke, ist die lang? Das ist ne neue Strecke, ne? Ne. Das heißt, sie sieht kurz vor Ende, oder? Die ist aus dem DLC, ja. Sie sieht aus wie mein Pimmel. Ja, da steht Langstrecke. Das ist schon scheiße. Die sieht aus wie mein Pimmel. Das war, wo Krieger so am widerlichsten beim letzten Mal noch reingekommen ist. Was soll das denn wieder heißen? Genau die Mapper. Oh, die wieder. Flow. Ja, hoffentlich kommt doch noch was, oder ist das da? Warte mal, wie war das hier? Jetzt fährt's hoch, ne? Oh nein! Schön hat Christian wieder die Maps kennen. Ich hab euch das doch vorher gesagt. Kann auch unten lang hier übrigens. Aber auch nicht halt ganz unten. Oh, einfach auf dem Flow. Nicht Vollgas immer. Aber den Flow mitnehmen, Lars, ne? Nicht ins Wasser. Nicht, nicht Vollgas immer. Ich muss gucken, wie du die Rampen hast. Alter, bin ich behindert? Ja, bin ich. Nicht ins Wasser, Lars. Ah, komm, die auf und hoch. Boah. Hey, Niges. Weih? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Niges, nicht mit Kopf voraus. Das ist gefährlich. Ja, ich weiß. Was? Vom Becken ran springen. Oh, was ist das denn hier? Wer bist denn neu, man? Kannst du mir nicht erzählen? Nein. Danke. Und wenn ihr da hinfallt, habt ihr ein Problem mit dem Scheiß-Checkpoint. Ja, habe ich nämlich jetzt die ganze Zeit gehabt, sonst wäre ich schon längst im Ziel, Junge. Ich auch, ich auch. Scheiße, dreimal auf dich, scheiße. Wer ist denn jetzt letzter? Ach, leck mich doch am Arsch, man! Robert, beruhige dich, ja? Boah, ey, was ist das für eine Tricks mit? Ah, und schon wieder hat das Gute gesiegt, liebe Freunde. Das stimmt nicht, ich bin noch am Fahren. Du bist doch nicht der Gute, Junge. Schlag auf die Beide. Nice. High five. Niges, bleibt da drin, bleibt da drin. Ja. Warum kann ich nicht mehr an Robert zugreifen? Ich kann alle anderen sehen, aber Robert nicht. Hey, vor Robert, du Opfer. Du, Robert. Weniger Fehler als du, du Opfer. Hey, Robert, du. Bits, Fehler sind doch egal, wie war das nochmal? Guck mal, Despen und ich sind beide vor dem Arm, genauso viele Fehler als Robert. Wie ist das? So eine Scheiße. Ja, ich habe aber auch verkackt. Ja, sorry, Robert. Ich kann keinen Trials, I was bombed this way gerade. Nein. Was ist das? Was ist das? Lady Gaga? Ja, höre ich gerade. Oh, Scheiße. Oh, nee, Alter. Okay, bro. Du ins Ziel komm. Wenn du das schaffen solltest, in deinem Leben. Robert, I was born to survive. Ich schaff das jetzt. Niggas? Ich glaube an dich. Ja. Nee. Ich nicht. Ich glaube an dich. Probier's einfach. Ey, natürlich. Probier's einfach nicht. Entweder kommst rein oder kommst nicht, ne? Robert, da ist immer ein Try in Tryhardt, ne? Richtig. Oh, erst. Geil. Hängt schon scheiße an. Aua. Was ist das für eine scheiß Hand, Alter? Was ist das denn hier? Wird das... Äh? Warte, ich hab hier mehr Schwerkraft als andere. Ja, auch irgendwie, Mann. Ich werd hier zurückgebügend. Was ist das? Hold's me back, Tim. Keine Ahnung, wie ich da machen soll. Mann. Fucking Gravity, Mann. Und nicht das Team. Das Ding muss doch mal hochfahren hier, ey. Ah, toll. Jetzt hab ich's gekriegt. So, ja toll. Dann passiert immer noch nix. Warum machst du die Pussy bei ihr, Cresenio? Ja, hab ich versucht. Hat dann wieder nicht funktioniert. Keine Ahnung, wie ihr das macht, ne? Ist auch schwierig, Bro. Ich bin schon kurz davor, man ihn zu schicken, ey. Ich bin einfach mit 3 von meinem Bike runtergegangen. Ist auch schwierig, Bro. Ist geil. Oh. Maaan. Oh, ja. Hier war sie noch. Da hab ich noch. Ja, ja. Ich auch. Ich auch. Hier war sie auch noch. Als ich noch jung war, ey. Ganz easy. Das war Zeit, so. Du weißt, dass das Ding hier noch hochfährt, oder? Fangen wir nach oben? Oh, die Zeit, wo ich noch das erste Hindernis geschafft habe. Mann, Mann, Mann. Kenn ich, Bro. Ich komm da nicht drüber, ohne Scheiß jetzt. Ich komm da nicht drüber, ist ja... Warum schieß denn? Ja, Robert, ich würd mich nicht drüber lustig machen. Wir sind in einem Team, oder? Ja, Robert, ich würd mich nicht drüber lustig machen. Ich hab das schwerste Hindernis, glaub ich, geschafft. Komm da nicht, also... Oh. Helft dir, Lars. Ich verlasse dich nicht. Ähm, gib... Versuch einfach mit allen Rädern drauf zu bleiben. Aber gebt nicht unbedingt Vollgas. Aber gebt nicht unbedingt Vollgas da, okay? Und lehn dich nicht komplett nach vorne, weil... Nicht komplett nach vorne lehnen. Wie kann man sich nicht komplett nach vorne lehnen, Junge? Ich kann... Robert, Schlange, jetzt nochmal bei Neop. Ja, und jetzt, Vorsicht. Ja, sauber. Oh, du darfst halt nicht zurückkippen. Danke, Robert. Nein. Oh, niggas. Pass auf. Von der Plattform abprallen lassen. Auf diese Steinchen da rauf. Und den vollen Schwung dann mitnehmen. Und sobald du auf der schrägen bist, kannst du die Zeit lassen. Ausbalancieren. Und dann kommst du auf jeden Fall im Ziel. Blablablabla. Der Krieger will was mit Dinges erklären. Blablabla. Blablabla. Das? Lange mit dem Zorn rüberkommt. Nur mit dem Hinterrad da. Lange mit dem Zorn rüberkommt. Lange mit dem Hinterrad. Lange mit dem Hinterrad. Nur mit dem Hinterrad. Ich kann hier nur noch versuchen zu stören. Nur Hinterrad, okay. Du brauchst ja nicht, dass ich jetzt so ein Ziel kommt. Nein, ne aber machs einfach mal. Du brauchst nicht so viel Gas geben am Anfang. Motivationsschub. Ja. Mach einfach mal an die Hoppe. Fuck. Du musst halt mit beiden Rädern da auf das Ding dran. Also hier auf den kleinen Huckel ganz normal. Und dann nach hinten. So, genau. Jetzt da hoch. Sehr gut. Weiter nach hinten gelehnt. Nicht mit dem Hinterrad berührend. Sofort mit dem Hinterrad. Nicht so viel Gas am Anfang. Ja, genau so. Den Move hab ich euch nicht gemacht. Direkt nochmal Bunny Hop. Du kannst dich beruhigen Lars. Ich hab's geschafft. Oh. Mach Shareplay an Niggis. Okay, warte. Du kannst aber versuchen mit Vollpin dich zu schießen. Vielleicht geht das. Ja Lars. Lars, jetzt gleich schießen. Dann passt das dritte Hindernis Leute. Vielleicht schießen Lars, wenn du da rüber willst. Mach ich da die Attempts. Ja. Du musst da Bunny Hop machen. Damit der Hinterrad da rüber. Ah ja. Hättest du da Gas gegeben, Mann. Lässt du dich auf den zweiten nach hinten rollen. Fährst nach oben und schieß dich. Nee, du musst. Das wär super. Ich hätt nicht gedacht lange du musst. Lange du musst. Lange du nicht ins Ziel kommen. Kommt. Weil der super weit war eigentlich. Lange. 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 Lange auf weiße Bunny Hop. Und dann auf diesem Ziegel auch noch mal Bunny Hop. Okay. Also du darfst nicht dagegen bouncen. Was er gehabt hat Lars. Ja. Fast niggis. Hopp. Hopp. Ja genauso Schlange. Genau so. Und nachdem hab rüber gekommen. Ich hab grad den Annos geguckt. Oh Bro. Ja ja. Fast niggis. Nein! Es ist gut. Ich hab jetzt auf jeden Fall einen Move gelernt, den ich vorher noch nicht kannte. Kannte? Ich dachte dir undauernd Dreieck. Nicht mit Vorderrad zuerst, Lars. Erst mit dem Hinterrad. Nein. Aber komm. Also ich hätte da ja einen Tipp, ne? Der euch allen helfen würde an der Stelle, aber... Jawohl, Niggis. Halt der Maul, den sag ich sogar so aus. Und schießen, schießen! Ja! Hey, nein! Da lackt er sich da drüber. Lack? Willst du mich verraschen, Junge? Na ja, war gut schon lange. Ja, Lack. Mann! Dass man dafür keine Punkte kriegt, ne? Das war lucky. Robert, hier kommt grad, you can't always get what you want from the stones. Mann, da. Mama, Mama, Mama. Ska man da, ne? Haufen, auf, 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 auf. Meine Hose. Deine Hose. Meine Hose. 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 Ist das Tuche? Meine Hose. Ja, 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 ja. Meine Hose. Deine Hose. Kurogrön. Hey, wir haben unser eigenes Lied, such doch eine Eiser. Ja! Das ist meins Pickett, das L揹 caught in der Llag. Warum unser Lied am besten ist�신? das heißt mit dem dünn als erklärt wir alle mit sich mit umkreis übrigens buchst du in rocke er hat gesehen wie du gut du da kannst raketen start wer kann ich auch noch ein bisschen und das ist ja Das ist so eine hässliche Map. Halt doch deinen Ball! Jawoll Tim! Tim, du bist erster sogar! Ja, klar. Sag doch nächstes Mal, dass man schießen kann! Ohne Scheiße! Das ist so dieses Hin und Her, dieses Auf und Abwippen. Wie das fast Podest, Lars! Aber ich habe mich auch nicht geschossen, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das wird nichts mit uns. Ja, Freunde, das war die vierte Runde jetzt von der Teamkunde Twilight. Und Robert wieder oben, aber auch leider wieder der Bro unten. Die kriege ich jedes Mal leider, sagst du das auch noch. Ja, leider. Ich gönne dem Bro auf jeden Fall auch mal einen Sieg. In der letzten Folge war es ja schon mal in der letzten Tour der Twights. Boah, ja, du Missgeburt. Da war eine kleine knappe Situation. Aber naja. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Runde wird. Gutschuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander. Tschüss! Tschüss! Was ist rein, Boba? Was ist rein, Boba?